Löwenshow eskaliert. Es ist eine ganz normale Vorstellung im Zirkus in der russischen Stadt Sochi. Artisten und drei Löwen sollen verschiedene Kunststücke vorführen. Doch zwei der Tiere fangen plötzlich an zu raufen und auch die dritte Raubkatze verliert auf einmal die Beherrschung. Wie aus dem Nichts springt sie den eigenen Trainer von hinten an, attackiert ihn und reißt den Mann zu Boden. Noch ahnt das Publikum nicht, dass es hier um Leben und Tod geht. Die Frau des Mannes reagiert blitzschnell, peitscht das Tier sofort aus. Die Zuschauer halten den Atem an, das Licht geht an, die Musik aus. Das Publikum applaudiert erleichtert. Der Artist muss anschließend ins Krankenhaus, wird wegen tiefen Bissen und riesigen Kratzern behandelt. In den sozialen Medien zeigt er seine Wunden und sagt, seine Frau habe ihm das Leben gerettet. Immer wieder kommt es zu Tierattacken in Zirkussen, vor allem in Russland. Die Tiere werden nicht artgerecht gehalten, müssen Kunststücke gegen ihren Willen vorführen. In diesem Fall ist noch nicht klar, wie es nun mit den Löwen weitergeht. Ich finde es so gut, quasi wie jetzt. Vielen Dank.